Das ist ja genau die Loppen, die in der Arbeit ist, ne? Ja, ist ja. Das ist ja aber Trimow, das ist ja viel. Da hast du aber eine Lopzelle auch, um diese ganzen Finger auszusehen, ne? Guck, und dann fährt's auch schon schneller. Das ist auch sein ganzer Stolz. Den muss man erst mal haben. Ja. Fede, du, dass das auch alles automatisch läuft. Ja, ne? Man kriegt's ja wahrscheinlich schneller hin, dass es nicht automatisch läuft, sondern dass du's steuern musst. Aber dass es dann automatisch läuft und dann passt, das ist dann ja auch noch die Kunst. Ja. Und wahrscheinlich ist es so, das Teil dreht sich nur, wenn's hier Gewicht drauf ist. Über den Kontakt und dann... Dann fährt's wieder hoch. Das ist klasse. Ja, wirklich. Da sind wir gelös. Das ist ja sehr, sehr schön. Wir sind jetzt mal auf бesse. Siehst du jetzt mal auf die Fってる? Ich bin jetzt mal auf die Ferte. Ich bin jetzt mal aufs. Der ist ja schon ganz krise. Ja. Was ist ja gar nicht so? Was ist ja gar nicht so? Dann ist es nie ganz schön. Der ist ja gar nicht so. Wir wollen sie nicht so. Ich bin jetzt nachdem. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020